Vorhin war ich auf der Bank, mit Maske, wie man es aber machen soll, damit man andere nicht infiziert. Kaum war ich in der Bank drin, kam ein Mitarbeiter und gab mir diesen Umschlag mit Geld. Ich finde es eine gute Sache mit der Maskenpflicht. Ich glaube, ich werde jetzt öfters in die Bank gehen.